Geht der Rentenversicherung bald das Geld aus, weil die Babyboomer jetzt schon in Rente gehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe da mal so einen ganz interessanten Beitrag im Internet gelesen zum Thema Babyboomer. Gehen bald oder gehen in Rente geht der Rentenversicherung bald die Kohle aus, also das Geld aus. Hat also die Rentenversicherung bald kein Geld mehr dafür, die monatlichen Rentenleistungen zu zahlen und auch die anderen gesetzlichen Rentenleistungen zu finanzieren? Meine Damen und Herren, die geburtenstarken Jahrgänge starten bald in die Rente. Also ich bin schon fast der Meinung, das ist schon losgegangen. Die sogenannte Babyboomer-Generation verabschiedet sich ganz langsam aus dem Erwerbsleben und startet in den Ruhestand. Viele Menschen befürchten nun, dass die Rentenversicherung die Massen der neuen Rentner bald nicht mehr bezahlen kann. Also wir haben ja jetzt aktuell 21 Millionen Rentner und ich gehe mal davon aus, dass wir alleine im Jahr 2024, vielleicht sogar auch schon im Jahr 2023 rund eine Million neue Altersrentner dazubekommen haben. Wir werden es ja sehen in den Statistiken. Auf jeden Fall gehen die Zahlen der Anträge für vorgezogene Altersrenten, aber auch für die Regelaltersrente deutlich nach oben. Ja und jetzt stellt sich natürlich die Frage, woher sollen denn die Einnahmen der Rentenversicherung kommen, wenn immer weniger Menschen in die Rentenkasse einzahlen? Es ist also eine Frage, die durchaus, so sehe ich zumindest, ihre Berechtigung hat. Die Schere zwischen Beitragszahlern und Rentnern geht immer mehr auf, meine Damen und Herren. Allein aus den Beitragseinnahmen der verbeitragten Arbeitseinkünfte und der Einnahmen der Selbstständigen kann die Rentenversicherung die Monatsrenten überhaupt gar nicht bezahlen. Also wenn man nur die Beitragseinnahmen nähme, dann wäre die Rentenversicherung praktisch jetzt schon pleite. Ihr hilft letzten Endes jedes Jahr der Bundeszuschuss zur Rente und der steigt ja nun exorbitant an. Wir sind jetzt schon bei deutlich über 100 Milliarden Euro. Die Folge dessen ist, dass der Staatshaushalt immer weiter mit der Rentenausgabe belastet wird, aber gleichzeitig auch noch das System der Pensionen für Beamten auch noch bezahlen muss. Das sind ja auch nochmal rund 80 Milliarden Euro dort weitestgehend ohne Rücklagen aus den Einkünften der Steuerzahler. Meine Damen und Herren, die Babyboomer, das sind die Leute, die in der Phase des wachsenden Nachkriegswohlstandes und Aufschwung in der alten Bundesrepublik Deutschland geboren wurden und zwar in der Zeit von 1955 bis Ende 1960. Und die Spitze, also die meisten Geburten haben wir im Jahr 1964 zu verzeichnen gehabt. Da wurden also rund 1,35 Millionen Menschen in der alten Bundesrepublik geboren. Das war also wirklich der Geburtenhammer an sich. Und 1964 ist das geburtenstärkste Jahr gewesen. Das heißt also, die Babyboomer aus dem Jahr 1964 werden dann irgendwo im Bereich 2027, je nachdem auch Altersrentner, die eine Schwerbehinderung haben, dann schon 2026 in die Rente gehen können. Aber meine Damen und Herren, jeder, der 40 oder 45 Jahre gearbeitet hat, der hat natürlich einen Anspruch darauf, in Rente zu gehen und hat auch einen Anspruch darauf, seine Kohle zu kriegen und zwar aus dem, was er eingezahlt hat. So, wer zahlt das ein? Das zahlt natürlich der Rentner oder der Arbeitnehmer bis zu seinem Rentenbeginn selbst ein, ist klar. Aber dann im Rahmen des Generationsvertrages auch die jüngere Generation. Meine Damen und Herren, jetzt haben wir aber ein ganz großes Problem. Der Generationenvertrag funktioniert natürlich nur so prächtig und prima, wenn wir relativ viele Beitragszahler auf einen Rentner haben. Aber die Schere, habe ich ja gesagt, die geht ja auch auseinander. Das heißt also, wir haben immer weniger Beitragszahler und dafür immer mehr Rentner. Und wie machen wir das in Deutschland, wenn wir eine umlagefinanzierte Rente haben? Wir machen es einfach über einen Beitrag. Also das war ja bis jetzt immer die superklasse Realität der entsprechenden Regierungen, CDU, CSU, FDP und SPD. Wenn das nicht funktioniert, dann ziehen wir die ganze Geschichte über einen Beitrag. Oder aber wir verlängern das Renteneintrittsalter. Aber das kann ich natürlich bis, das kann ich nicht bis ins Nirwana betreiben. Das heißt also, die jüngere Generation, wenn wir hier nicht gegensteuern, wird sicherlich mit deutlich höheren Beiträgen belastet werden, als wir es jetzt schon haben. Also ich finde 18,6 Prozent Rentenbeitrag ist in der Summe Arbeitnehmer, Arbeitgeber auch nicht gerade wenig. Ich glaube, das wird in der Zukunft mehr werden. Da kann mir keiner was erzählen. Und seien Sie mir bitte nicht böse, auch die lächerliche Aktienrente wird für die Zukunft. Ich sage, das wird wirklich lächerliche Aktienrente, wird auch für die Zukunft relativ wenig dazu beitragen, dass die Beiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung stabil bleiben. Wenn überhaupt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, das haben schon genügend Ökonomen und Mathematiker ausgerechnet. Was dort dabei rumkommt, ist wirklich im Zusammenhang mit den Gesamtausgaben der deutschen Rentenversicherung ein absoluter Witz. Oder nehmen wir es mal so, auch mit den Einnahmen der Rentenversicherung ein absoluter Witz, was dort an beitragsstabilisierenden Einnahmen aus der Aktienrente realisiert werden will. Also ich finde, ich weiß gar nicht, was die FDP sich bei diesem Irrsinn gedacht hat. Meine Damen und Herren, aktuell würde ich sagen 2024, 2025 haben wir nichts zu befürchten. Aber was danach kommt, weiß kein Mensch. Mir braucht hier in Deutschland keinem Politiker mehr zu erklären, dass die Rente wirklich sicher ist. Das heißt, Bundeskanzler Scholz hat es längst schon gesagt, dass die Rente aus seiner Sicht nicht mehr sicher ist, wenn wir nicht genügend Arbeitskräfte in Deutschland haben. Und dazu brauchen wir dann auch eine gezielte Zuwanderung. Das sind aber alles aus meiner Sicht Träumereien und Fantastereien. Wir stehen nicht alleine im Wettbewerb mit Arbeitskräften. Ganz Europa steht vor einer Alterungswelle ungeahnten Ausmaßes. Das heißt also, die Arbeitskräfte, die müssten sich ja wirklich sagen, warum gerade Deutschland, ein Land mit so viel Bürokratie, ein Land, was den Menschen so viele Hindernisse in den Weg legt, hier in Deutschland arbeiten zu können. Meine Damen und Herren, ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das klappen wird. Ja, wir haben auch in Deutschland selbst ein großes Arbeitskräftepotenzial, was wir nie angefasst haben, wo wir aber immer wieder die Hände drauf halten und sagen, oh, das sind die ganz Bösen. Also ich rede von den Bürgergeldempfängern und Bürgergeldempfängerinnen. Bitte nicht bös gemeint, ihr seid nicht die Bösen, sondern die Verursacher dieses Irrsinnssitzen in Berlin, im Bundestag und vor allen Dingen auch in den entsprechenden Regierungen. Aber, meine Damen und Herren, ich sehe da ein wenig schwarz. Wie wollen wir das Problem lösen? Und ich kann Ihnen da nur eins sagen. Wir brauchen in Deutschland, um erstmal grundsätzlich ein Grundsatzproblem zu lösen, endlich eine Erwerbstätigenversicherung, wo alle, aber wirklich ausnahmslos alle Erwerbstätigen ab dem 16. Lebensjahr meinetwegen in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Es ist ein Wunsch der überwiegenden Bevölkerung in Deutschland. Aber es gibt Kreise in der Politik, die das wie des Teufels Weihwasser vor Angst scheuen, weil ja da möglicherweise der grob, der bösartige Kommunismus ausbricht, wenn wir in Deutschland eine Erwerbstätigenversicherung haben. Ich glaube, hier steckt massive Klientelpolitik dahinter. Aber es wird die Zeit zeigen. Ich bin davon überzeugt, dass wir eine Erwerbstätigenversicherung bekommen. Wir können dieses Prinzip, wie wir es jetzt haben, nicht mehr weiter fortführen. Die gesetzliche Rentenversicherung steht ansonsten am Rande eines Kollapses. Und glauben Sie mir bitte eins, es geht ja nicht nur um den Finanzkollaps, sondern ich befürchte auch einen personellen Kollaps in der Rentenversicherung. Denn die Rentenversicherung wird in den nächsten zehn Jahren, das sind Zahlen, die ich gehört habe, bis zu 30 Prozent ihrer Belegschaft verlieren. Das heißt also, das sind alles Menschen, die für Sie, für die Rentnerinnen und Rentner und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland in Sachen gesetzliche Rente tätig waren. Wer soll dann die Rentenanträge bearbeiten, meine Damen und Herren? Wie viel Zeit vorher müssen Sie dann Ihren Rentenantrag stellen? Alles solche Dinge. Also ich sehe da wirklich schon ein bisschen schwarz und ich weiß auch, unter welchem Druck die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rentenversicherung stehen. Das sind alles solche Dinge, die letzten Endes dazu führen, dass es der gesetzlichen Rentenversicherung nicht wirklich gut geht und in Zukunft noch viel schlechter gehen wird. Alles zulasten der Versicherten und alles zulasten auch der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in der Rentenkasse arbeiten. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Dann geht der Rentenversicherung bald das Geld aus. Ich kann Ihnen nur sagen, 2024, 2025 sehe ich das mal noch nicht so. 2026 werden wir dann sehen, wie es dann aussieht. Kriegen wir eine CDU-geführte Regierung. Gott möge uns bewahren. Dann werden wir das Thema erwerbstätigen Versicherungen in Deutschland auch bis 2030, 2031 abhaken können. Dann wird es aber wahrscheinlich zu spät sein. Dann bringt uns letzten Endes das dann wahrscheinlich auch nicht mehr weiter. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.